So die Reise geht weiter. Bin mal gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Ne, aber müssen wieder irgendwelche Fackeln anpacken. Bestimmt hier rein. Mal sehen. Bombe. Seh nix. Das hat sich hier was aufgemacht. Das war's. Das war's. Ja, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Hier bist du mit da oben? Hier sind wir rein. Was ist der Sinn von hier drinnen? Was ist das? Okay, erstmal das alles abgeräumt, dann können wir den machen. Vielleicht war es das ja schon. Dann können wir zurück. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie wieder einkaufen. Okay, jetzt ist es hier offen. Also der selbe Scheiss hier, wo ich gerade war. Oh! Ich sag jetzt mal, wo ist das? Zusammenfallen. Okay. Was ist das? Ach, hier ist es okay. Okay. Wo ist das? Was ist das? Was ist das mit dem hier? Was ist das mit dem hier? Sind wir wieder hier? Was müssen wir hier machen? Oh! 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 Da würde es auch reingehen. Ist das hier theoretisch wieder zu? Jetzt muss er irgendwann Sinn haben. Ändert sich da was? Kann ich jetzt hier trotzdem rein? Nein, jetzt kann ich hier nicht rein. Kann ich nur hier rein. Hat das hier irgendwas? Was, die Bombe? Die Bombe haben wir ja auf jeden Fall hier. Ist das hier auch offen? Was nicht so ist die Bombe? Wieso? Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich schätze mal, wir müssen die hier runter, wir müssen sie hier runter, hier, wird aber hier zu sein, na? Aha, wir kriegen das nicht in die Tür. Und wenn wir sie hier haben, ich muss sie hier runter schieben, geht mir auch nix. Was bringt die uns dann hier? So. Und wenn die jetzt hier runter schieben. Wie kommt sie denn hier weiter? Wir kommen ja einfach hier durch, genau. Wenn sie dorthin müssen. Das ist ja aber zu einfach. Oh fuck. Wir dürfen nur irgendwo anecken. Oh. 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 gebracht als ist das hier auch verkehrt wohin muss die komm ich ja auch rein . . . . . . die 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 eine ganz andere stelle oder müssen wir die ah müssen die hier rum hier raus hier ran kann das sein die 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 Das war's für heute. Jawoll. Aha, jetzt haben wir erst mal eins im Ding. Gut. Gut. Jetzt hat das bestimmt nur ein Verwandtes, dass wir die Bombe hier hineinfeuern. Gut, jetzt haben wir erst mal das gelöst. Jetzt müssen wir die hier drüben, die gar nicht reintun. Komm dann hier drüben raus. Ey, warte. Komm dann hier drüben raus. Wir müssen die dann hier reintun, oder? Jo, jo, jo. Tschüss, warte. Wir müssen auf die 2-3-3-7 sein. Wir müssen hier drüben rausgehen. Wir müssen die 3-4-4-5-4-3-6-7-5-4leる. Das ist wieder heiße Draht. Das ist wieder heiße Draht. Jawohl! Und zack! Immer lieber Vorspeichern. Und zack! Ah ne, hier ist das Ding schon! Ja, hübsch! Sehr, sehr hübsch! Wartet mal kurz, wartet mal, wartet mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Oh, nice! Just two! Yo! Yo, get! Man! Man! Das ist ein Zimmer! Das ist ein Zimmer! Das wird eklig! Wir können nur die nehmen! Oh, wieso schmeißen? Sei weg! Verdammte Scheißner! Wir müssen immer hier eine große Runde laufen, damit die uns hinterher laufen können! Was ist es ein Zimmer? Das istiendo Margaret's demasiättige Schluck! Passt du誰? Passt du dich! Alter Das hochklau Scheisse! Hä? Wo kommt der da her? Wir kaufen den hier. Schaffen wir wieder nicht. Komm hier rum. Ach kommt alter Jungs, oder? Boah, das ist nicht euer Amt. Nur weil die Kamera nicht stand. Und ich treffe ihn nicht. Das ist fantastisch. Alter, ich raste aus. Das hat auch wieder nichts. Verpisst euch, man. Alter, ich raste aus. Nimm ihn. Oh, das gibt's doch nicht, oder? Ja, halt ab. Jetzt wird wieder nichts. Wir stellen uns einfach wieder zu dämonisch an. Das ist doch klar. Ist doch klar. Ist doch klar. Das ist scheiss Dreck. Der erste muss jetzt erst mal funktionieren. So. Jaaaa. Wenn ich doch. Die schlampe. Das ist doch wieder. Oh, und der hat ihn abgeräumt. Lampe. Ah, gut. Oh, nein, hier. Was ist das? Was ist das hier? Das ist der bestimmte Asterixmus dahinter. Was schafft er neben dem Ester sind? Oder? So, wir können scheinen. Das ist auf jeden Fall schon mal nichts abgezogen. Oh. Das klingt irgendwie ein bisschen scheiße. Und die Kamera ist es aber letztlich wieder. Oh, was? Oh, was? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, 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 oh. Gut. Oh, oh, oh. Das wäre ja immer schwierig, wenn man speichern könnte. Ja, das ist ziemlich schön klar. Was müssen wir denn hier eigentlich machen? Ach sech, Kunden umhauen. Du Scheiße. Hat wirklich gut funktioniert? Was müssen wir denn hier eigentlich stehen haben? Was müssen wir denn hier? 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 Was müssen wir denn hier haben wir noch gefehlt? Was müssen wir denn hier haben? Der letzte. Der letzte. Der letzte. Der letzte für sich. Ähm. Und gut, hier können wir erstmal speichern. Gut, alles gut. Gut, wir haben viel geschafft. Hier machen wir erstmal Schluss und dann geht es wieder das Rest des Lösungen weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.